Architektur Die Hüllen wurden noch größer und stabiler. Noch immer waren sie mit bloßem Auge nicht zu erkennen, doch schon bald würden sie nicht mehr zu übersehen sein. Dieselben zellenartigen Vorrichtungen, die die Hülle bildeten, nutzten das vorhandene Material, um das zu bauen, was sich innerhalb der Hüllen befand. Das Grundgerüst für einen neuen, größeren Organismus. Einen wachsenden Organismus. Die Keimlinge bildeten ihre dritte und letzte frei bewegliche Mikrostruktur aus. Nach den Ablesern, die die DNA-Informationen sammelten, und den Arbeitern, die die Hülle und das Grundgerüst einrichteten, war jetzt die Stunde der Hirten gekommen. Die Hirten wurden in den Körper des Wirts gespült, wo sie nach ganz bestimmten Zellen suchten, nämlich Stammzellen. Die DNA-Blaupausen zeigten, dass genau dies die Dinge waren, die die Keimlinge benötigten. Die Hirten fanden diese Stammzellen, schnitten sie aus ihrer Umgebung und transportierten sie zu dem immer größer werdenden Grundgerüst zurück. Zuerst bauten die Hirten die Stammzellen mithilfe einfacher chemischer Verbindungen in das Gerüst ein. Dann kamen die lesenden Bälle. Die Kiefer mit den Sägezähnen schnitten sich in die Stammzellen, doch diesmal gingen sie vorsichtig vor. Mikrofilimente von wenigen Nanometern Durchmesser klitten in die Stammzellen der DNA, klitten hinein und fingen an, sie zu verändern. Denn die Ableser sollten nicht nur lesen, sie sollten auch schreiben. Die Stammzellen besaßen kein Bewusstsein. Sie hatten keine Vorstellung davon, dass sie gerade versklavt worden waren. Sie taten dasselbe wie immer. Sie ließen neue Zellen wachsen. Die neuen Zellen, die sie produzierten, waren nur minimal verschieden von denen, zu deren Bau sie ursprünglich vorgesehen waren. Diese neuen Zellen lagerten sich überall an den wachsenden Grundgerüst an und fügten Muskelfasern und andere spezielle Gewebsarten hinzu. Was einst mal eine mikroskopische Samenkapsel gewesen war, hatte den Körper des Wirts übernommen und benutzte dessen natürliche biologische Prozesse, um etwas Fremdes zu schaffen, das in gewisser Weise viel heimtückischer war als ein Virus. Die Keimlinge besaßen zwar keine Vorstellung von Zeit, doch es waren nur wenige Tage nötig, um ihre Mission zum Abschluss. Der tägliche Trott Perry betrat das Gebäude von American Computer Solutions, ACS, für alle, die hier arbeiteten, um sieben Minuten vor neun. Er joggte zu seinem mit Stellwänden abgetrennten Arbeitsbereich, während er nach allen Seiten grüßte und gegrüßt wurde. Er ließ sich auf seinen Stuhl fallen, warf die Aktenmappe auf den grauen Schreibtisch und schaltete seinen Computer ein. Das elektronische Signal klang so munter, als freue sich die Maschine darauf, dem Fegefeuer zu entkommen, dass sie im ausgeschalteten Zustand offensichtlich erdulden musste. Dann fing sie mit den Checks und den üblichen Zyklen zum Aufwärmen an. Perry warf einen Blick auf die Wanduhr, die so hoch angebracht war, dass jeder sie von seinem Arbeitsbereich aussehen konnte. Sie zeigte fünf vor neun. Wenn die Uhr neun schlug, will er schon längst arbeiten. Ich dachte, diesmal würde ich sie erwischen, sagte die Stimme einer Frau hinter ihm. Er machte sich nicht die Mühe, sich umzudrehen, während er seine Aktenmappe öffnete und den chaotischen Papierstapel herauszog. Fast getroffen und doch daneben, Boss, sagte Perry und lächelte über ihren kleinen täglichen Chats. Vielleicht das nächste Mal. Sammy Kernse von Pullman hat angerufen, sagte die Frau. Die haben wieder Schwierigkeiten mit ihrem Netz. Rufen Sie als erstes zurück. Ja, Ma'am, sagte Perry. Sandy überliefs Perry seine Arbeit. Die meisten Serviceangestellten bei ACS kamen ein paar Minuten zu spät, aber Perry war immer pünktlich. Sandy sprach die Verspätung ihrer Mitarbeiter nur selten an. Jeder wusste, dass es ihr eigentlich nichts ausmachte, solange die Leute dieses Privileg nicht ausnutzten und ihre Arbeit erledigten. Doch obwohl sie sich kaum darum kümmerte, kam Perry nie zu spät. Sie hatte ihm eine Chance gegeben, als er keine Arbeit, keine Referenzen und zu allem Überfluss eine Vorstrafe wegen Körperverletzung gehabt hatte. Und nicht wegen irgendeiner Körperverletzung. Er hatte seinen früheren Boss tatsächlich angegriffen. Nach diesem Zwischenfall war er davon überzeugt, dass ihm nie wieder irgendjemand eine bessere Arbeit geben würde. Doch Bill Miller, sein Mitbewohner aus College-Zeiten, hatte bei ACS ein gutes Wort für ihn eingelegt und Sandy hatte sich bereit erklärt, einen Versuch mit Perry zu machen. Als sie ihn eingestellt hatte, hatte er sich geschworen, dass er sie niemals und unter keinen Umständen im Stich lassen würde. Dazu gehörte auch, dass er jeden Tag so früh kam, wie sein Vater immer gesagt hatte, es gibt keinen Ersatzverrat der Arbeit. Er schob die unwillkommene Erinnerung an seinen Vater beiseite. Er wollte den Tag nicht schlecht gelaunt beginnen. Volle 20 Minuten später hörte Perry das typische Geräusch, mit dem Bill Miller den Arbeitsbereich direkt neben ihm betrat. Wie üblich war Bill zu spät und wie üblich kümmerte er sich nicht im Geringsten darum. Guten Morgen, Schlappschwanz, sagte Bill. Die in schleppendem Tonfall ausgesprochenen Worte klangen über die 1,50 Meter hohen Stellwände hinweg. Hat mein Ärmster gut geschlafen? Weißt du, Bill, Bill, ich glaube, ich bin schon ein wenig über das Ich habe mehr getrunken als du, Stadium hinaus. Und ich bilde mir gerne ein, dass du auch irgendwann erwachsen wirst. Ja, da hast du wahrscheinlich recht, sagte Bill. Aber hey, ich habe mehr getrunken als du, Weichei. Perry wollte antworten, doch ein Stechen in seinem rechten Schlüsselbein wirkte ihm die Stimme ab und ließ ihn überrascht nach Luft schnappen. Er grub seine Finger in das Sweatshirt und kratzte die Haut darunter. Vielleicht war er gegen irgendetwas allergisch. Möglicherweise war letzte Nacht eine Spinne in sein Bett gekochen und hatte sich ihren Weg zurück ins Freie gebissen. Er kratzte energischer, um das Jucken zum Schweigen zu bringen. Doch da meldete sich die Reizung auf seinem Unterarm wieder und er konzentrierte sich auf diese Stelle. Fleur? Unbehindert von den Stellwänden klang Bills Stimme zu ihm herab. Perry sah auf. Bills Oberkörper beugte sich über die stoffbespannte Wand, die die einzelnen Arbeitsbereiche voneinander abtrennte und sein Kopf war nur noch wenige Zentimeter von der Decke entfernt. Er ragte deshalb so weit in die Höhe, weil er wieder einmal auf seinem Schreibtisch stand. Obwohl er die Bar gemeinsam mit Perry verlassen hatte und somit nicht mehr als vier Stunden geschlafen haben konnte, sah Bill so makellos aus wie immer. Mit seinen hellblauen Augen, dem perfekt geschnittenen braunen Haar und dem glatt rasierten Babygesicht, das nicht einmal die kleinste Schramme besaß, sah Bill wie ein Model für Anti-Pickel-Salbe für Teenager aus. Nur ein Insektenstich, das ist alles, sagte Perry. Bill zog sich hinter die Stellwand zurück. Obwohl seine Haut immer noch juckte, hörte Perry auf, sich zu kratzen und rief auf seinem Computer Pullmans Unterlagen auf. Gleichzeitig startete er sein Messenger-Programm. Obwohl die meisten Kollegen nur wenige Arbeitsbereiche entfernt waren, lief die komplette Kommunikation im Büro meistens über dieses Programm ab. Das galt besonders für die Unterhaltung mit Bill, der meistens viel zu sagen hatte, von dem er nicht wollte, dass es von den anderen im Büro gehört wurde. Mithilfe des I.M. konnten sie beide ihren Humor aus College-Tagen freien Lauf lassen, was ihnen half, den Tag zu überstehen. Es begann das tägliche Ritual mit einer Nachricht an Bill's Messenger-Name Sticky Fingers White. Pleatmans Blue Hey, schauen wir uns heute Nacht das Football-Spiel an? Sticky Fingers White Trägt der Papst Frauenunterwäsche? Pleatmans Blue Hey, ich dachte es heißt, trägt der Papst einen komischen Hut? Sticky Fingers White Aber er hat doch sowieso schon ein Kleid an, obwohl meine Quellen behaupten, dass er nicht das Recht hat, Weiß zu tragen, wenn du verstehst, was ich meine. Schnaubend unterdrückte Perry ein Lachen. Er wusste, dass er mit seinen großen, zitternden Schultern, dem gesenkten Kopf und der Hand über den Mund wie ein Idiot aussehen musste. Pleatmans Blue Oh Mann, hör lieber auf, ich bin gerade erst gekommen und ich will nicht, dass Sandy glaubt, dass ich mir wieder Clips auf YouTube anschaue. Sticky Fingers White Warum schaust du dir in deiner freien Zeit nicht Der Papst lässt krachen an, du kranker alter Mann. Diesmal musste Perry laut auflachen. Er kannte Bill seit Wie lange war das jetzt her? Schon seit zehn Jahren? Perrys erstes Jahr im College war nicht leicht gewesen, denn zu jener Zeit hatte er seine rücksichtslosen Gewaltausbrüche absolut nicht unter Kontrolle. Er war mit einem Football-Stipendium an die University of Michigan gekommen. Zuerst hatte man ihm ein Zimmer mit anderen Football-Spielern gegeben, doch Perry hatte diese als Konkurrenz betrachtet. Selbst, wenn sie nicht auf derselben Position spielten wie er. Für gewöhnlich war irgendein Streit die Folge. Nach der dritten Auseinandersetzung standen seine Trainer kurz davor, ihm das Stipendium zu entziehen. Kann ja sein, dass diese Scheiße anderswo so abläuft, zum Beispiel an der Ohio State, hatten sie ihm gesagt. Aber nicht an der University of Michigan! Und doch wollten sie ihn nicht verlieren. Sie hatten ihn schließlich nicht umsonst ausgewählt und sämtliche Kosten seiner Ausbildung übernommen. Der Trainer starb, wollte seine Wildheit auf dem Feld. Als Bill von der Sache hörte, meldete er sich freiwillig, um mit Perry das Zimmer zu teilen. Bill war der Neffe eines Assistent-Trainers. Er und Perry trafen sich während der Orientierungsphase im ersten Jahr und kamen von Anfang an recht gut miteinander aus. Perry erinnerte sich noch daran, dass er während dieser ersten Monate nur gelächelt hatte, wenn er in den Genuss von Bills unverwüstlichem Humor kam. Jeder hielt Bill für verrückt. Warum würde ein 150 Pfund schwerer Student mit Englisch als Hauptfach, der knapp 1,75 Meter groß war, freiwillig ein Zimmerteilen mit einem 240 Pfund schweren, 1,95 Meter großen Linebaker, der ständig auf die Strafbank verwiesen wurde und bereits drei Zimmernachbarn zusammengeschlagen hatte, die allesamt Footballspieler der 1. Division waren. Doch zu Jedermanns Überraschung funktionierte alles perfekt. Bill schien ein Talent für Humor zu haben und Humor besänftigte die wilde Bestie. Bill rettete nicht nur Perrys Karriere als Sportler, sondern seine College-Karriere überhaupt. Perry hatte das nie vergessen. Seit zehn Jahren also kannte er Bill und während all dieser Zeit hatte er nicht ein einziges Mal erlebt, dass dieser Mann eine einfache, klare Antwort auf irgendetwas gab, das nicht mit der Arbeit zu tun hatte. Aus Bills Arbeitsbereich klang Musik herüber. Ein alter Song von Sonny und Cher zu dem Bill statt der Originalzeile I Got You Babe sang Ich hab Kratze, Babe. Das IM-Programm meldete sich wieder. Sticky Fingers Wide Glaubst du, dass Green Bay ein gutes Spiel gegen die Niners machen wird? Perry tippte keine Antwort ein. Genau genommen sah er nicht einmal die Frage. Sein Gesicht hatte sich zu einer Maske intensiver Konzentration verzerrt, die man mit einem Anzeichen für Schmerz verwechseln konnte. Er kämpfte gegen den Drang an, sich wieder zu kratzen. Doch diesmal war die Stelle viel schlimmer als zuvor. Er hielt seine Hände wie erstarrt auf der Tastatur und brachte alle Selbstdisziplin als Sportler auf, um sich nicht heftig an seinem linken Hoden zu kratzen.